Herzlich Willkommen zum FIFA 15 Pro Club Freundschaftsspiel gegen Sto LP, die Mannschaft LP, Allstars. Was denn, Alter? Alter, Michi übertreibt's nicht, ja? Oha, zieht euch das Tor rein, was ich in der Arena gemacht habe. Ja, 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 das ist wahrscheinlich nicht gut. Das Freundschaftsspiel gegen die 4 zu 1 gewonnen. Zweitens, naja, guckt keiner. Werden sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe geben und vor allen Dingen, ja, mir ist direkt eine rote Karte. Die brauchen nur einen richtigen Stürmer. Die haben noch keinen richtigen Stürmer gehabt jetzt. Also ich stelle euch gern zur Verfügung, weil ich kein Metall spielen würde. Ich glaube, weil unser Stürmer im letzten Spiel so viele Tore geschossen hat. Der Stürmer hat mitgespielt? Nein. Ich hab ne Torfahler, ey. Echt, das sind Torfahler, das ist unser Stürmer gegeben. Ja, und ich hatte gute Chancen. Das verbraucht auch Zeit, sonst hätten die, wenn die Zeit für den Angriff hätten, aber wäre doch scheiße, hätten die noch ein paar Tore mehr gemacht. Und ansonsten hab ich auch schon so drauf gespielt, stimmt, ich hab noch einen wichtigen Pass gespielt, zu noch einem Tor. Ach, Exkatron. Ja, weil in der Aufnahme lege ich nicht, aber ich frag mich manchmal, wieso einfach nicht. Wieso? Weil Internet. Ja, weil Internet. Ja, bitte. Weg, weiter. Boah. Alter, viel zu lange gebraucht. Ja, Internet. Oh, da ist die Neunzeh. Ne, das ist die Zehn. Schaut, die haben zwei Zehner. Das hat auch die Zehn. Ja, das hab ich schon im letzten Spiel gesehen. Oh. Irgendwelche. Ach, ja. Zu weit. Nein. Nein. Boah. Stop. Da ist mein Süß. Ein wichtiger Pass. Kommen wir ja mal kleiner. Und das ist der Schwer, den ich kenne. Ein Schuss, ein Tor. Spielerkarriere, Spielerkarriere, Spielerkarriere. Ja. Ach, der kleine ist schwarze nach Tor, das ist das gefällt mir. Ja. So, wieder haben sie eins gefangen, wenn die jetzt fluchen. Ich denke. Toru bleibt ja relativ gelassen. Ja, eigentlich bleibt er immer relativ gelassen und sieht einfach, dass die Gegner auch besser sind. Nein, Spaß. Will mal Pass, Alter. Nice. Nice, nice. Du brauchst noch die Weiße mit abzulegen, ne? Ich weiß. Mach's selber. Und wieder Pass. Alter, ja, aber es geht mit dir auch, Alter. Jetzt haben wir ein Gedicht, jetzt muss ich zeigen, dass es doch geht. Ja, ist wirklich so im letzten Spiel einfach voristen, voristen, zwei Schüsse, zwei Tore, so muss es einfach. Guck mal, dass das mache ich in der Spielerkarriere auch immer so. Boah, ich bin der Spielerkarriere, Spielerkarriere, ja. Also, Toru, ich bin der Sonde bis gerade irgendwie schneller als ich, obwohl ich kleiner bin, dass du. Ich bin auch ein linker Mittelfeldspieler. Ich habe standardmäßig mehr Tempo. Ich weiß nicht, dass das Tempo in die Beschleunigung, glaube ich, kommt von der Größe, glaube ich. Nee, das ist auch kompositionsabhängig. Du hast als Innenverteidiger nicht so viel wie in Z-Duelmo und dann Elle. Nein, hast du nicht. Oder eben. Komm, Tobi, langen Shot, pass. Lass mich, los! Ah, schade. Ja, man merkt es, bei denen fehlt es komplett Tardine, der hat bei mir. Ja, der hat mich wahrscheinlich aufgehalten bei den beiden Toren. Der hätte... Er hätte dich locker aufgehalten. Das erste hat er nicht verändert, aber das zweite hat er nicht weggezogen, leider. Ein kurzer, präziser Ziel, gibt kein Foul, gar nichts, fertig. Schön gespielt. Schön. Das ist halt wohl ein Arsch. Oh! Ja, der ist noch mal drin. Wollt ihr sagen, der eigene Bot von denen klären? Was ist der Fall? Vielleicht kannst du mit dem Tango mich hin. So, auf mich. Schön. Schade. 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 Leider, leider, leider. Wow. So, das sollte eigentlich nicht so gehen, weil da würde ich auf Jan gehen. War das jetzt von Pascal oder war das von denen? Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Oh, da würde ich auch meinen Schatz nicht angezeigt. Oder bloß hat Kot weiter. Ja. Das halte ich hier. Eis kalt. Eis kalt. Auf den Stürmer als Verlass. Gewitzt. Na, ich weiß, wer hat wahrscheinlich in diesem Spiel nochmal zwei Mal gegen Pfosten schießen oder gegen... oder an deren Tor vorbei oder so. Nein, der sollte auf den Runden gehen. Oder du schießt in Abseits. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Ich meine, ich habe mich feigelaufen. Ja, ja, abseits halt. Abseitslauf. Alter, was war das für ein Pass? Der war voll angeschnitten. Das ist richtig geil. Der angeschnittener Pass halt. Außenröst. Ja, Außenröst. Oder Außenröst Pass. Ja, das sah trotzdem geil aus. Oh, was? Das Pass geht jetzt vom Controller weggegeben. Ja, ja. Einfach so, ja, ja, ja. Der war doch aber elegant gemacht. Das ist, Phil. Schießt den gegnerischen Spieler einfach an. Komm, wir sollen schlichtig weiter drauf, oder? Spiel wir jetzt Football? Allt. Ich hab nicht gedacht, ich schmeißte ihn zur Ecke. Oh, das... Oh, der ist kein Vollgewinn. Das ist keine Rolle, okay. Nicht so wie das... Nicht da mal gelb. Lacker. Ja, aber einige hätte Geld verdient. Der ist so abfällig über unseren Kapitän und also. Ja, gell. Ja, abfällig. Moment, ich hab uns zum Meistertitel geführt. Am Arsch, ich hab die Schalung hoch. Nee, ich hab uns zum Meistertitel geführt. Ich? Ich war Kapitän. Die ganze Mannschaft. Aus der Pascal, also weil Pascal ja nicht zur Mannschaft gehört. Nee, doch nicht. Oha, wie eiskalt. Oh, schade. Vergibt. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Weil ich dachte, der hätte ja auch noch reingehen können, weil... Aber war ein sehr, sehr starker Versuch von dir toben. Mach weiter so. Der Typ, der gegen den Posten schießt, aus einem Meter davor. Fünf Meter Raum. Ja, wie könnte man da an den Posten schießen? Weil, Tobi, wie konntest du gerade mit der Mann schließen? Ich weiß nicht. Ich hab halt gesagt, sei, 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 ich schreibe an den Typen vorbei. Weil der Schneider ist ja nicht genau auf den Typen. Du musst ihm das nächste Mal nicht sagen, sondern du musst am besten den Kontrollhaus so drücken, dass er das macht. Habt gedrückt, ja. Glaubst du, ich bin behindert? Äh, ich weiß nicht so ganz genau. Ja, manchmal denke ich da an so Sachen. Nein, das ist doch. Aber wir müssen mal nachts aufhören mit dem Böckchen drücken, ja. Das hast du drüben gemacht. Alter, Post, schieb den Mann nach Posten, guck, du hast schon recht. Was haben wir in Abgang gemacht, dann ist es aus. Hey, nochmal, fein uns zu dir. Ja, Posten, Posten. Ja, ich geh immer an Posten. Habt die ihnen vor. Oh, starke Ecke. Jan legt lieber los. Ja. Eigentlich sollte der auf Trubi kommen, aber... Oh, der ist abseits. Ja. Deswegen hab ich auch gewundert, wieso man... Ich bin nicht hingegangen, die sind 5 starbseits. Ja, ich wär noch hingekommen. Eigentlich sollte der direkt auf Trubi kommen, aber eigentlich... Ja, aber direkt auf mich schon besser gewesen. Dann hätte ich die... Also 2 Sits hab ich, das ist schon mal gut. 2 wichtige Pässe. Ja. 2 Tore. Wenn Freistoß noch habe, am besten auf meiner Position. Ja, am besten auf meiner Position. Ja gut, warte mal, rechts ist eine Position, Tobi, oder? Ich spiel Alex nicht mehr an. Dann lauf ich rechts rüber, ich mach einen Flügel. Ich spiel auf dich nicht mehr an. Dann reg's dich um. Wir spielen einfach so weiter, oder? Oder wir spielen beide halt nicht mal Pascal an, weil wir kriegen den Ball ja eh immer von Michi. Na, ja. Und dann spielt der auf dem Bot und dann hämmer ich ab bis zum Abwinken. Egal wann. Ich spiel halt auf Alex direkt. Und Alex nur zu dir? Und Alex denn? Ich jetzt Alex. Oder wir spielen einfach ganz normal weiter und gewinnen das Ding. Anstatt eben welche Spirenzen wir jetzt zu machen. Ja, so lass weiter. Ja, da ist ja wenigstens zu Jan frei gewesen, schon viel früher. Ja, genau. Kommisch! Fuck. Meine. Pascal. Ja, ich hab auch gewartet, dass du... Ja, es wäre meiner gewesen. Jetzt hab ich ein anderes Problem. Jetzt hab ich mit dem Shooter ein Problem. Alter. Oh, Alter. Ja, brutal. Ich hab zwar erreicht, dass du gemeint hast, aber dich näher zu tun. Ja, ist deine Zeit. Ist deine Zeit. Toll, den darf ich nicht reden, wenn der Bot tritt. Warte, 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 Bot. Warte. Gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Was ist... Wieso? Du zahlst, der passt gerade. Sag mal, her machst du bei der Bestätigung, die passt, dass du durch mit der Seite. Ich mach gar nichts, Alter. Ich hab gerade in der Nase gebohrt. Michi. Hm, lecker. Hat Michi nicht... In einem Spiel hat doch Michi... Das war auch gegen Shooter LP in den Tunnel. Ja, hat einen Bass gemacht, ja, deswegen. Ja. Ich hatte gerade Angst, dass dasselbe nochmal passiert. Nein, du solche Pässe baust uns heute halt auf. Oh, das war das kein Pass, und die haben auch geschlossen. Ja, weiß ich dir. Trotzdem hat man... Boah, ein Bot. Pascal, ich bin rechts. Oh, geiler Pass. Alter, ich bin vorher verkackt, ey, der Scheiße. Alter, geh doch weg da! Äh. Da darf Jan gehen. Voll festgetribbelt, ne, in der Mitte. Gerade. Hm. Gönne Ballflügelwechselauftrag. Andere Tore. Das war's. Und nicht Tor. Warte, noch ein Schritt. Geht mir nach rechts zu. Also, als ob er den geschossen hat. Ja, wenn er sprintet, und dann macht er das mit so einem Linksfußwert meistens nicht rein. Hätte er aufgehört zu sprinten, dann hätte der reingehen können. Lauf, Tobi, wir müssen. Oh, Abseits, oh. Kann mir doch was gehen, Abseits. Schade, war wahrscheinlich... Hab aber ich auch gedacht, dass ich nicht Abseits bin, bin durchgespräntet. Oh, Kacke. Alter, Bot. Alter, wie ich das gerade gelegt habe. Ich hatte plötzlich den Ball, und dann war ich 50 Meter irgendwie weiter. Das ist doch... Das ist doch... Schade, schade, schade. Super gelöst. Direktabnahme, ja. Schwadenteil. Komm, Tobi. Schieß. Alter. Rechtsfuß. Ja, ich weiß. Den spiel ich auch links mit rechts. Aber der war mysteriös ungut. Ach. Okay. Oh. So, Tobi, nützt es durch. Wie denn? Keine Ausdauer. So. Heute der Anspielstation geht. Ja, aber... Nein. Du bock mich heben. Der ist schon weh, das Auto, Alter. Hätte jetzt doch nur weitergehen müssen. Ja, gegen den Bottenkopf-Vordreffer hier. Nein, nicht auf ihn! Ich bin. Geh weg, Heinze. Steifen. Aus. Nein. Viktor. Aus. Verhalten. Was war? Wieso? Wieso kein Volley? Wieso kein Volley? Der war nämlich so schön über ihn drüber gespielt. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich gedacht so, ja, geil, Volley-Tor, endlich. Mein zweites Volley so. Und dann, das macht er so gut. Zehlt eh nicht für deine Pro-Statistik. Richtig, das ist auch nicht mehr sehr wichtig. Stimmt, hier kriege ich nichts. Aber trotzdem, wenn man zweites Volley verbreastet. Ach, Alter. Oh. Oh. Mega-Lag schon wieder. Wieso? Oh, ich komme nicht an den Ball. Das ist sogar der Außenseiter. Ist so. Alter, kann der Schuto schießen, der Schuto. Alter. Sag's doch. Schuto. Boah, ich hasse es. Ey, das ist, und das als zentral defensiver, Alter. Boah, ihr seht es halt. Wir nicht frissen, was, wenn das, ganz ehrlich, das ist so eine Verschwendung, dass sie den im ZZM haben. Das müsste so ein guter Stimmer sein. Ja, ja, das ist ja der bessere Weitschuss. Nee, das machen wir nicht. Wir machen keine Zeitschinderei. Keine Freundschaftsspiele. Keine Zeit geschindet. Ich habe nur kurz gewartet, bis die Verteidigung von dem Stipp ausrückt, damit ich spielen kann. Wie er geportet worden. Ich habe nur zu Michi, dass er auch mal wieder einen in die Hände kriegt. Ja, genau. Witzig, ich forze. Den hat er sofort verstanden. Es ist mir leid, Michi, für den kleinen Boardwitz. Sehr schön. Und gewonnen. Dankeschön, Dankeschön. Also wir haben gut angefangen mit zwei Toren, halt. Ja, und dann hat es angefangen, bei mir zu lenken und dann war es vorbei. Na ja, auf jeden Fall wunderschön. Wenn nicht schief geht, dann startet auch schon für euch, denn wenn ihr das Video seht, in der nächsten Woche oder in derselben Woche noch die zweite Saison. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall nochmal ein Video oder einen Facebook-Post. Auf unserer Facebook-Seite, falls da irgendwas jetzt nicht, aber wir hoffen natürlich, es geht ganz normal weiter, weil wir finden das generell richtig, richtig geil. Und ja, viel mehr gibt es da jetzt nichts zu sagen, außer Tschüss. 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 Tschüss.